Ich würde gerne den Antrag stellen, dass man den Berater einmacht hat, der sich aktiviert. Da ich den Frager gemacht habe, der erster Punkt schafft, der uns auch mal noch gut zu vermitteln ist, würden beide Seiten diesen Fall gibt. Ich würde gerne den Antrag stellen, dass der deswegen aktiviert wird. Ja, jetzt könnt ihr mich auch sehen, mein Name ist Oliver Engelkern, ich beantrage hiermit, dass Sebastian Heilmann, das ist er, ab sofort moderiert und zwar zu diesem Top, weil es, glaube ich, ein sehr brenzliger Top ist, der sehr polarisiert und in dem es zwei konträre Meinungen gibt hier an der Universität. Und er es bisher in meiner Erfahrung sehr gut geschafft hat, zwischen diesen beiden Meinungen zu vermitteln. Ja, und deswegen, glaube ich, kann er sehr neutral und locker für uns alle das rüberbringen, ohne das Bild sehr zu verzehren. Wer das Katerfrühstück gehört hat neulich, da hat er einen Beitrag gehabt. Wenn es jemand gehört hat, da war es, glaube ich, auch schon sehr gut rübergebracht worden, dass es mehrere Meinungen dazu geben kann. Willst du Gegenrede machen, oder soll ich? Dazu würde ich jetzt einmal sagen, die Leute, die vom NOAA-Referat haben sich ja auch in den Text und so eingearbeitet. Wäre Sebastian überhaupt bereit, das zu machen? Die Moderation ist, der Vortrag selber, der wäre dann noch vom NOAA-Referat. Also die haben den ja ausgearbeitet, Sebastian hat ja keine Ahnung, was... Ja, der Vortrag, der jetzt Teil des Topfes ist. Achso, die Moderation, okay. Achso, ja, okay, gibt es dazu Gegenrede, dass Sebastian die Moderation übernimmt? Gut, wenn du bereit bist, dann... Na gut, als First Order of Business würde ich dann jetzt dem NOAA-Referat die Chance geben, die vorbereitete Präsentation abzuhalten. Das ist ja der Punkt, auf den wir hinausreiten. Mein Vorschlag wäre für die folgende Diskussion dann, dass wir, also wir haben ja diese Polarisation in zwei verschiedenen Lager, so ein wenig an der Uni, dass wenn es dann Fragen aus der Studierendenschaft gäbe, was ich ja sehr hoffe, dass dann sowohl Leute eben aus dem NOAA-Referat vielleicht, als auch eben aus der, in Anführungsstrichen, anderen Gruppierung vielleicht bereit wären, für Fragen hier vorne zur Verfügung zu stellen, zu stehen. Ich würde die dann vermitteln. Ja, Dankeschön. Hört man mich? Ich hoffe. Ja, guten Tag, mein Name ist Cornelius Brandmüller vom NOAA-Referat. Und eins vorne hinweg, ja, wir haben uns auch bemüht, den kommenden Vortrag jetzt so neutral wie möglich zu machen. Natürlich, wir haben unsere Position, die Gegenseite hat ihre. Wir hoffen, dass das, ja, dass es so neutral wie möglich gehalten wurde. Gut, ich fange an mit einem kurzen Überblick, wie der Senat eigentlich gewählt wird, wie er aussieht. Und dann will ich die Ereignisse, die jetzt den ganzen April überhinweg den Senat beschäftigt haben, euch kurz darlegen und einfach dafür sorgen, dass ihr informiert seid, was derzeit im Senat los ist. Der Senat besteht insgesamt aus 19 Mitgliedern. Dazu sind 10 von den Professoren gewählt. 10 von den Mitarbeitern aus der Technik und Verwaltung, ja, Entschuldigung, 3. 3 sind wissenschaftliche Hilfskräfte und 3 sind von den Studierenden gewählt. Da haben wir 2 von der Liste Eine Uni für alle und eben einen von der Fachschaft. Und der Senat wählt zusammen mit dem Stiftungsrat eben das Präsidium. Das sind hier mal gerade Sascha Spuhn als Präsident und Holm Keller als hauptamtlicher Vizepräsident. Worüber gerade abgestimmt wird im Senat ist der Artikel 38 des niedersächsischen Hochschulgesetzes. Da geht es über die Wahl des Präsidents oder der Präsidentin. Normalerweise ist es so, dass der Präsident wird so gewählt, dass eine Findungskommission eingerichtet wird. Dieser Findungskommission muss dann der Senat und der Stiftungsrat zustimmen. Seit Juni 2010 wurde hier in Absatz 4 der Satz 4, der hier fett gedruckt ist, hinzugefügt, eben mit Zustimmung des Senats und des Hochschulrates, das ist in unserem Fall der Stiftungsrat, kann die Ernennung oder Bestellung für jeweils eine weitere Amtszeit ohne Ausschreibung erfolgen. Am 6.4. bzw. im Vorfeld des 6.4. hat der Senat bereits über eine Einrichtung einer Findungskommission diskutiert. Kurz vor der Senatssitzung am 6.4. hat Herr Spuhn sich in einem Brief an die Senatoren gewandt, wo drin stand, dass er bleibt nur mit Holm Keller als hauptamtlichen Vizepräsident im Amt und er und Keller werden auch nur weitermachen, wenn der Senat sie sofort bestätigt, ohne Einrichtung einer Findungskommission. Also man hat den Senatoren praktisch die Wahl gelassen, zwischen Spuhn und Keller für weitere acht Jahre sofort zu bestätigen oder der totalen Unsicherheit. Also er hat gesagt, er macht nicht mehr mit bei einer Findungskommission. Das ging dann weiter, also das Ergebnis vom 6.4. war dann, dass Spuhn wurde vom Senat gewählt, Keller nicht. Laut der Landeszeitung hat ihm dazu eine Stimme gefehlt. So die einzig logische Konsequenz daraus wäre, dass als nächster Tagesordnungspunkt Einberufung einer Findungskommission für das Amt des Vizepräsidenten jetzt auf der Tagesordnung stehen müsste. Das ist nicht geschehen. Dafür gab es dann am 13.04. eine zweite außerordentliche Senatssitzung, wo Herr Spuhn eine Aussprache mit dem Senat gefordert hat. Da gab es dann im Vorfeld, also es hat sich die Gruppe Spuhn for President herausgebildet, das Noah-Referat und der Aster haben dazu, also ja, die Gegenposition bezogen. Es gab praktisch eine Art Wahlkampf-Feeling hier. Wir haben, also der Aster hat am 13.04. vor Gebäude 10 eben diese Jubeldemo veranstaltet. Und dieser ganze Prozess hat eigentlich dazu geführt, dass sich die Studierenden in zwei Lager aufgeteilt haben. Das heißt, auf der einen Seite die und auf der anderen Seite die anderen. Eine Diskussion war kaum mehr möglich. Man hat gepöbelt, man hat beidseitig gepöbelt. Man hat Angst geschürt, es war kaum mehr rational, es war auch nicht mehr neutral. Bei dieser Senatssitzung gab es nur, also es gab keine Abstimmung, es gab nur eine Aussprache. Die Senatssitzung am letzten Mittwoch war anders. Da stand, also im Vorfeld dieser Senatssitzung hat Spuhn im Rahmen der Hochschulöffentlichkeit die Wahl zum Präsidenten angenommen. Er hat eine erneute Aussprache mit dem Senat gefordert. Und auf der Tagesordnung stand diesmal der Punkt entweder Einrichtung einer Findungskommission oder erneute Abstimmung praktisch, in hübschen Paragraphen ausgedrückt. Es kam zu keinem von beiden. Es wurde a nicht abgestimmt und eine Findungskommission wurde auch nicht eingerichtet. Der gesamte Vorgang wurde nicht öffentlich gemacht. Die Studierenden wurden vom Senat oder vom Präsidium nicht informiert. Die einzige Gruppe, die sich um Aufklärung der Studierendenschaft bemüht hat, war der AStA. Ja, und Spuhn for President. Und halt, ja, etc. Aber Herr Spuhn hat immer noch keine, zumindest für uns befriedigende Begründung für diese Nichtöffentlichkeit gegeben. Die Ergebnisse waren schon lange in der Landeszeitung, nicht nur in der Landeszeitung. In bundesweiter Presse wird inzwischen über den Vorgang hier berichtet. Das Amt des Präsidenten und des Vizepräsidenten wird dadurch unserer Meinung nach beschädigt. Die Senatoren von der Liste Eine Uni für Alle haben ein juristisches Gutachten, das sagt, es ist hier eine Verfahrensfrage, die im Senat besprochen wird. Deshalb ist die Öffentlichkeit, deshalb ist Nichtöffentlichkeit nicht nötig. Während Herr Spuhn seinerseits sagt, er hätte auch einen Anwalt gefragt, der meinte, es wäre eine Person, eine Personalfrage. Ja, das Gutachten oder diese Aussage des Anwalts hat er leider keinem gezeigt. Ja, das ist jetzt die Senatssitzung vom kommenden Freitag um 12 Uhr, Tagesordnungspunkt 2. Dieser Tagesordnungspunkt lässt, in Normalsprache übersetzt, nicht mehr die Möglichkeit offen, dass eine Findungskommission eingesetzt wird, sondern es wird erneut abgestimmt. Ja, was der Aster daran kritisiert, ist a, dass diese Intransparenz über die Senatsprozesse, dass unserer Meinung nach dadurch, durch diese ewigen Klüngeleien, dass es einfach nicht sicher ist, dass es kein Ergebnis gibt, dass dadurch die beiden wichtigsten Ämter einer Universität geschädigt werden, dass im Vorfeld auf diese Abstimmungen Druck auf Senatorinnen, Senatoren und Senatorinnen ausgeübt wurde, dass demokratische Prinzipien einfach dadurch unterwandert werden, dass, wenn man sagt, dass man sagt, eine Entscheidung, die von einem demokratisch gewählten Gremium regulär getroffen wurde, nämlich, dass Herr Keller nicht sofort wieder als hauptamtlicher Vizepräsident bestätigt wird, wird einfach revidiert und man sagt, man lässt so lange abstimmen, bis einem das Ergebnis passt. Gleichzeitig hierzu noch, Herr Spuhn hat ja letzten Mittwoch die Wahl angenommen, über Herrn Keller lässt er erneut abstimmen und ich frage mich, ja, dasselbe Gremium hat hier in einem Fall ihn bestätigt, im anderen Fall Herr Keller nicht. Also, das Ergebnis, das ihm passt, erachtet er praktisch als gültig, das über Herr Keller lässt er nochmal neu abstimmen, ja. Wie gesagt, dass die Hochschulöffentlichkeit nicht oder überhaupt nicht informiert wurde und dass auch stellvertretende Senatoren, also das heißt, wenn jetzt kommenden Freitag ein Senator nicht zur Sitzung kommen könnte und seinen Stellvertreter schicken müsste, so darf dieser Senator seinen Stellvertreter nicht in Kenntnis setzen. Gut, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Das war der Vortrag, ich hoffe, er war unterhaltsam genug. Fragen, Einladungen, Anmerkungen? Mich würde interessieren, wer jetzt genau eigentlich diese Gruppe Spoon for President initiiert hat. Falls jemand aus der Gruppe dazu Stellung beziehen möchte, wäre das, glaube ich, am transparentesten. Magst du die Frage nochmal wiederholen? Ja, meine Frage war, wer diese Gruppe Spoon for President initiiert hat, also waren das Studierende, kam das irgendwie aus dem Senat, also mir ist völlig unklar, wie diese Gruppe überhaupt zustande gekommen ist. Ja, Moin, Jan-David Flick mein Name, auch einer der Mitinitiatoren der Gruppe. Wir sind Studierende, die sich spontan zusammengesetzt haben, und zwar aus mindestens drei der vier Fakultäten Studierende. Die Namen findet man auch alle auf der Facebook-Seite von Spoon for President. Und inzwischen auch in der Zeitung, ja. Ja, genau, ich melde mich jetzt mal kurz an meiner Eigenschaft als Studierendenparlaments, Mitglied des aktuellen Studierendenparlament, nicht als Wahlleiter. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass die Ansicht, die ja von der Spoon for President-Gruppe vertreten worden ist, dass diese Wahlentscheidung relevant ist für die Weiterexistenz und wieder das jetzige, bestehende jetzige Form der Universität, also praktisch dieses Präsidium, wichtig ist für den Erhalt der Uni, ist eine legitime Position, die ich persönlich nicht, teile, aber die man sich nicht einnehmen kann. Ich möchte an dieser Stelle ein bisschen bedauern, dass eben die Mitglieder des Studierendenparlamentes, die diese Facebook-Gruppe mitgegründet haben, eben nicht das höchste Gremium der Studierendenschaft, also das Parlament, dafür genutzt haben, diese Frage, die alle Studierenden angeht, zu klären, also auch irgendwie aus der Studierendenschaft heraus eine Stellungnahme dazu erwirken, sondern eben diesen außerparlamentarischen Weg gewählt haben. In meinen Augen ist damit das Studierende ein bisschen geschwächt worden, und das finde ich persönlich ein bisschen schade. Applaus 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 Applaus